Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die EU-Kommission soll kleiner werden. Die Posten rotieren dann unter den Mitgliedsstaaten. Schrittweise ist eine neue Stimmengewichtung im Rat geplant, die auch die Bevölkerungszahl der Mitgliedsländer berücksichtigt. Die letzte Unterschrift. Sie kommt von Nachzügler Gordon Brown. Der englische Premier kam zum Missmut seiner europäischen Amtskollegen erst am Nachmittag, um den Vertrag zu unterzeichnen. Doch die Festlaune ließen sich die Regierungschefs auch davon nicht nehmen. Nach fast sechs Jahren Geburtswehen ist es endlich vollbracht. Nach der gescheiterten Verfassung nun der Reformvertrag von Lissabon. Für Deutschland unterzeichneten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Steinmeier. Ich glaube, dies wird ein wichtiger Tag für Europa sein und die Voraussetzungen schaffen, dass jetzt überall dieser Vertrag ratifiziert werden kann. Und deshalb glaube ich, dass Europa mit diesem Vertrag, wenn er in Kraft tritt, in eine neue Etappe hineingeht. Ort der Unterschrift, das altehrwürdige Gironimus-Kloster in Lissabon. Ein Ort, den die Portugiesen ausgewählt haben, um die historische Bedeutung dieses Reformvertrages zu betonen. Der Festakt im überdachten Innenhof. Mit diesem Vertrag will Europa handlungsfähiger werden, schneller entscheiden und nach außen hin schlagkräftiger werden. Eigens hervorgehoben wurden die Verdienste Deutschlands und seiner Bundeskanzlerin. Sie habe wesentliche Vorarbeiten dafür geleistet, dass diese Unterschriften heute möglich wurden. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, mussten alle Regierungen politischen Mut beweisen. Ich bitte sie nun auch um die gleiche Entschlossenheit, wenn es um die Ratifizierung geht. Denn bis 2009 muss der Vertrag nun von allen nationalen Parlamenten oder wie in Irland per Volksabstimmung bestätigt werden. Als größter Wackelkandidat gilt dabei das traditionell europaskeptische Großbritannien. Doch darüber wollte sich heute niemand den Kopf hier in Lissabon zerbrechen. Man zeigte sich optimistisch, es wird schon klappen. Und dann tritt der Vertrag im Januar 2009 in Kraft. Ein Zusammenbruch der angeschlagenen Sachsen-LB ist abgewendet. Die Landesbank Baden-Württemberg wird ihre ostdeutsche Schwester wie geplant übernehmen. Vergangene Nacht wurde das Rettungspaket für das Institut geschnürt, das sich auf dem US-Immobilienmarkt verspekuliert hatte. Der Kern der Vereinbarung, Sachsen sichert Risiken im Umfang von 2,75 Milliarden Euro ab. Alle Fraktionen in Dresden sprechen von einer großen Belastung für das Land. Ministerpräsident Milbrath lehnt Rücktrittsforderungen ab. Ein bisschen erleichtert China schon, Sachsens Ministerpräsident Georg Milbrath, als er das Ergebnis der nächtlichen Verhandlungen im Dresdner Landtag präsentierte. Die Pleite der Sächsischen Landesbank konnte abgewendet werden. Und es bleibt beim angestrebten Zusammenschluss mit der Landesbank Baden-Württemberg. Aber der Freistaat muss für eine milliardenschwere Ausfallbürgschaft einstehen. Ich will deutlich sagen, dass die Ergebnisse bitter sind. Aber die Frage der Bewertung dieses Ergebnisses und der Verhandlungen, und nur darum geht es heute, haben zu berücksichtigen, aus welcher Position man verhandelt hat. Die Sachsen haben 43 Milliarden Euro auf dem US-Hypothekenmarkt investiert. Ein Teil der Wertpapiere wird ausgegliedert und mit Bürgschaften abgesichert. Insgesamt geht es um 17,5 Milliarden Euro. Sachsen wirkt für 2,75 Milliarden und muss im Ernstfall zuerst einspringen. Die Landesbank Baden-Württemberg sichert die nächsten 6 Milliarden ab. Reicht das nicht aus, sollen andere Landesbanken die Restsumme von 8,75 Milliarden abdecken. Auch in Baden-Württemberg scheint man mit dem Ergebnis zufrieden. Ich bin sicher, dass wir bei der Verwaltung dieser Fonds und in der Entwicklung des Marktes der nächsten Jahre die Risiken nicht benötigen. Die Opposition, zumindest Linkspartei und Grüne, wertet die milliardenschwere Rettung der Bank nicht als Erfolg und fordert Konsequenzen. Georg Milbrath darf dieses Land keinen Tag länger regieren. Im Moment denkt Georg Milbrath nicht an Rücktritt. Die Staatsregierung hat Wirtschaftsprüfer eingesetzt, die klären sollen, wer für den Bankenskandal in Sachsen verantwortlich ist. Erst dann will der sächsische Ministerpräsident über politische Verantwortung und Konsequenzen entscheiden. Die EU-Kommission will die Bürgschaft für die Sachsen-LB eingehend prüfen. Es müsse geklärt werden, ob es sich um eine unzulässige Beihilfe handele, so ein Sprecher in Brüssel. Die Kommission wacht darüber, dass staatliche Subventionen den Wettbewerb nicht verfälschen. Wer einen Verkehrsunfall im europäischen Ausland hat, darf eine gegnerische Versicherung an seinem Wohnort verklagen. Er muss dies nicht im Ausland tun. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Die Richter stärkten damit die Rechte von Unfallopfern. Der konkrete Fall war in Deutschland durch die Instanzen gegangen und schließlich an den EuGH verwiesen worden. Es ging um eine Frage, die viele Autofahrer angeht, nämlich wo kann man als Verkehrsteilnehmer klagen, wenn man im europäischen Ausland in einen Unfall verwickelt wird. Die Richter am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg kamen zu einem klaren Urteil. Das europäische Recht zielt bei Versicherungsstreitigkeiten auf den Schutz des Schwächeren ab. Und das heißt konkret, dass man als Geschädigter am eigenen Wohnort gegen die ausländische Versicherung klagen kann. Man muss also nicht ins Ausland, um seine Rechte geltend zu machen. Das gilt allerdings nur dann, wenn die ausländische Versicherung ihren Sitz in Europa hat. Ein in Aachen lebender Autofahrer hatte die niederländische Versicherung seines Unfallgegners in Aachen verklagen wollen. Die dortigen Richter sahen sich dafür nicht zuständig, verwiesen auf die nächsthöheren Instanzen. Beim Bundesgerichtshof leitete man die Klage nach Luxemburg weiter. Begründung, es handelt sich um einen Fall von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung. Wir freuen uns natürlich sehr über diese Entscheidung, mein Mandant und ich, dass er jetzt endgültig Recht bekommen hat. Für uns im Grenzgebiet bedeutet das, dass Verkehrsunfälle, die hier im benachbarten Ausland passieren und in denen die Versicherungen nicht oder spät zahlen, dass man dann im Inland, also hier beim zuständigen Gericht, klagen kann. Der Richterspruch gilt nur, wenn man gegen eine ausländische Kfz-Versicherung klagt. Bei anderen Schäden, die man im Ausland erleidet, etwa im Urlaub, gilt das Urteil nicht. Der Bundestag setzt sich für einen effektiveren Schutz von Kindern ein. Als Reaktion auf die jüngsten Fälle von Gewalt und Vernachlässigung wurde heute ein entsprechendes Programm verabschiedet, mit den Stimmen von Union und SPD. Gefordert werden unter anderem mehr Vorsorgeuntersuchungen. Streit gibt es aber darüber, ob die Rechte von Kindern im Grundgesetz verankert werden sollen. Die Familienministerin kam zur Bundestagsdebatte. Das Wort ergreifen wollte sie aber nicht. So hörte sie sich die Argumente derer an, die den Schutz der Kinder ins Grundgesetz aufnehmen wollen. Es kann doch nicht angehen, dass unsere Verfassung die berechtigten Interesse der Tiere schützt. Und wir in diesem Hause immer noch darüber diskutieren, ob Kinderrechte in die Verfassung gehören. Die Aufnahme der Kinderrechte würde Signale setzen. Wir würden damit zeigen, welchen Wert in dieser Gesellschaft unsere Kinder haben. Sie würden an oberster Stelle stehen und das Kindeswohl. Allein die Unionsfraktion ist davon noch nicht überzeugt. Wichtiger als im Grundgesetz einen neuen Artikel zu verankern sei es, Vorsorgeuntersuchungen verpflichtend zu machen, die Jugendämter gut auszustatten und die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen. Die Erfahrung zeigt leider, dass die Eltern, die uns in der Vergangenheit mit ihrem Verhalten besonders erschüttert haben, den Blick ins Grundgesetz nicht getan haben. Die Justizministerin aber macht klar, sie will den Schutz der Kinder im Grundgesetz. Wir wollen Artikel 6 Grundgesetz ergänzen und wollen nochmal spezifisch darlegen, dass es eine Aufgabe auch und vor allem des Staates ist, dafür zu sorgen, dass Kinder gewaltfrei aufwachsen können und dass sie gut versorgt werden. Hier also Uneinigkeit zwischen SPD und Union. Einigkeit aber bei den Koalitionsfraktionen nebst der Ministerin, Vorsorgeuntersuchungen zur Pflicht zu machen. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird sich nach Einschätzung zweier führender Forschungsinstitute im kommenden Jahr deutlich abschwächen. Das Münchner IFO-Institut und das IFW in Kiel hatten bislang etwa 2,5 Prozent Wachstum prognostiziert. Nun rechnen sie nur noch mit 1,8 bis 1,9 Prozent. Einer der Gründe seien die Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen der Immobilienkrise in den USA. Die Arbeitslosigkeit wird nach den Berechnungen weiter zurückgehen. Die Zahl der Lehrstellen ist im vergangenen Ausbildungsjahr erneut gestiegen. Bundesweit wurden nach einer offiziellen Bilanz rund 626.000 Verträge abgeschlossen. Das entspricht einem Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Kritik kam von der IG Metall. Die zusätzlichen Stellen seien nahezu vollständig im außerbetrieblichen Bereich geschaffen worden. Bei der Bahn soll es bis Weihnachten vorerst keine Streiks geben. Das bekräftigte die Lokführer-Gewerkschaft GDL nach einem Spitzentreffen mit der Unternehmensführung und den beiden anderen Bahngewerkschaften Transnet und GdBA. Dabei wurde über ein neues Tarifwerk gesprochen, in dem der GDL ein eigener Vertragsteil für Lokführer zugestanden werden soll. In der Schweiz ist das bisherige Konsensmodell bei der Regierungsbildung aus den Fugen geraten. Der Rechtspopulist Blocher, Kandidat der Schweizer Volkspartei SVP, will in die Opposition gehen. Der Grund, er wurde von den anderen Parteien nicht wieder in die Regierung gewählt. Stattdessen stimmten sie für die als liberal geltende SVP-Politikerin Wiedmer Schlumpf. Traditionell verständigen sich in der Schweiz die großen Parteien auf eine gemeinsame Regierung. In der Schweiz wurde heute eine neue Ära eingeläutet. Die Zeit der Allparteienregierungen ist vorbei, dieser Amtseid markierte das Ende. Eveline Wiedmer Schlumpf von der Schweizer Volkspartei SVP hat die Wahl zur Justizministerin angenommen und sich damit gegen den Willen der eigenen Partei gestellt. Denn ihr Ja bedeutet die Abwahl von Christoph Blocher, dem Mann, der in der SVP die Richtung vorgibt. Meine Damen und Herren, so scheide ich hier aus dieser Regierung, aber nicht aus der Politik. Christoph Blocher und seine SVP sind gegen EU-Beitritt, Sozialmissbrauch und schwarze Schafe. So nennt die SVP kriminelle Ausländer. Bei den Wahlen wurde sie damit stärkste Partei, doch ihre neue Ministerin will die SVP jetzt nicht unterstützen. Die Regierungsbeteiligung verschmähte sie heute und entschied sich für die Opposition. Regieren wird schwer. So lassen Sie uns doch einander stets mit Respekt und Toleranz begegnen. Das ist, davon bin ich überzeugt, die Grundlage für gute, tragfähige politische Entscheidungen in diesem Land. Christoph Blocher ist nicht mehr Regierungsmitglied. Eigentlich sei das eine Befreiung, sagt der umstrittenste Schweizer Politiker. Jetzt könne er endlich wieder sagen, was er wirklich denke. Der amerikanische Musiker Ike Turner ist tot. Er starb gestern im Alter von 76 Jahren in Kalifornien. Turner gilt als Wegbereiter des Rock'n'Roll. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Tina Turner feierte er große Erfolge in den 60ern und Anfang der 70er Jahre. Die beiden ließen sich 1978 scheiden. Wegen Drogenbesitzes musste Turner später ins Gefängnis. Danach gelang ihm ein Comeback. Gekrönt wurde es in diesem Jahr durch einen Grammy. Und um die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 14. Dezember. Der Osten Deutschlands liegt morgen noch im wolkigen Einflussbereich der Tiefdruckzone über Osteuropa. Darin eingelagert befindet sich ein Höhentief, das uns kalte Luft bringt. Auch das Hoch im Westen trägt zur Kälte bei. Zumindest dort, wo es aufklart, da es ohne schützende Wolkendecke noch schneller auskühlt. Heute Nacht bleibt es weitgehend trocken. Im Osten könnten vereinzelt ein paar Flocken fallen. Hier und da zeigen sich die Sterne. In vielen Regionen bleibt es aber bei dichter, hochnebelartiger Bewölkung. Örtlich bildet sich auch Nebel. In der Osthälfte morgen meist stark bewölkt. Gelegentlich fallen ein paar Tropfen oder Flocken. Richtung Westen freundlicher. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Heute Nacht am Alpenrand minus 5, an der Ostsee plus 3 Grad. In Bayern morgen örtlich leichter Frost, am Main bis plus 5 Grad. Am Samstag im Südost noch etwas Schnee. Nee, sonst eine Mischung aus Hochnebel und Sonne, wobei die sich am ehesten im Norden und Westen zeigen kann. Sonntag und Montag trockenes Hochdruckwetter. Dabei mal neblig trüb, mal sonnig. In der Mitte und im Süden auch tagsüber teilweise leichter Dauerfrost. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr mit Tamburo. Darin brennende Wälder in Indonesien. Die Klimasünden im Gastgeberland der Weltklimakonferenz. Außerdem misshandelte Kinder. Der Alltag in einer Notfallambulanz.